So viele Treffer kassiert, aber eigentlich geht die... Boah, ich hab schon 107 Leben. Das ging ja schnell. Ich nutze den Dash viel zu selten. Oh, silberne Kiste. Cool. Blutschwert. Ich glaube, das ist ein Vampirismus, ne? Denke ich mal. Hoffe ich mal. Geht weg von mir, ey. Ja, Leben ist ganz gut. Gefällt mir. Hä? Wo kommt der denn her? Hä? Was ist denn jetzt los? Hä? Was war das denn? Ach so, das mit diesen verrückten Dings da ist. Hä? Wie geil ist das denn, ey? Hier diese Demenz-Scheiße. Und dann sieht der Hallos oder was manchmal. Hier, Heilung. Das ist geil. Interessant. Hm. Nett, nett. Oh, ho, 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 holy crap. Komm, stirb, stirb. Nein, stirb, stirb doch. Puh. Oh, was ist das? Ne blaue Kiste. LP erhöht plus 5. Cool. Dauerhaft. Das ist ja mal episch. Boah. Nur noch 13 Leben. Gar kein Wanda mehr. Alles verbraucht, ey. Jetzt muss ich aufpassen. Boah. Das war knapp, ey. Cool, das klappt voll gut. Guck mal, wie wir leben schon wieder ab. Ich muss nur aufpassen, nicht übermütig werden. Heilige Paparoni. Ah. Das ist gut. Okay, den Boss habe ich schon. Zack. Kohle, ganz viel Kohle. Boah, ich habe schon 209 Mann, äh, Leben maximal. Krass. 110. Alter Schwede. Das steckt sich hoch wie, keine Ahnung was. Voll gut, ey. Okay, hier geht es zum nächsten Gebiet, aber da werden wir nicht mehr. Da will ich nicht hin. Ach, du Scheiße. Ja. Voll verschissen schon. Fuck, ey. Übertreiben die. Ja, Leben ist immer gut. Komm, langsam. Geht doch. Scheiß Skelette, ey. Gut, 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 gut. Ich brauche was, damit ich, äh, Leben durch, durch Gegner-Tötung bekommen. Das wäre besser. Mein Gott. Das ist dieser Unsichtbare, kann er mich treffen? Ach, der kann mich gar nicht treffen, das ist ja geil. Puh, ich dachte schon, ey. Was ist denn das? Kann ich hier irgendwo rein? Komm, komm, ich denn da durch? Alter Falter. Ich bin da nicht durch. Ich bin da nicht durch. Leben. Supergeil. Kiste. Kiste. Geht mal der Heck. Zig Fischer. Hallo. Übertreiben die voll. Alter Falter, ey. Das kann du nicht... Ach, der ist wieder Fragezeichen. Der ist gar nicht wirklich da. Boah ey, heftig. Nur wegen so einer verkackten Kiste ey. Blut-Brust-Panzer. Okay, man, dann brauche ich nicht. Mega geil. Schon bei 2,6. Ist gut. So, wo lang? Da war ich, da war ich, da war ich. Zurück und dann runter. Den Boss versuche ich jetzt erstmal nicht. Was war denn hier? Achso. Okay. Kann ich das dann switchen? Cringe. Oh, kann ich nicht switchen. Verdammt. Okay. Jetzt lieber das Feuer behalten, das ist besser. Trifft mehr Schläge. Okay. Ach, meine Lebe erhöhen sich gar nicht mehr, sehe ich gerade. Hm. Er leidet keinen Schaden. Alter. Wie kann man nur so schlecht sein, ey? Was ist das? Och nee. Igelfluch. Fuck, ey. Ist völlig Geld, wenn ich getroffen werde. Gefällt mir ganz und gar nicht. Ich habe nicht. Es geht. Das sind nicht nur die Wand. Ich habe Angst, ich habe Angst. Ach, ich habe Angst. Ge Ace. Ich habe Angst, ich habe Angst. Ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst, dass ich gerade wirklich Angst. Ich bin Angst, ich bin Angst. läuft bis jetzt ganz gut oh fucking noch mehr kohle irgendwo da unten doch da links liegt noch was ich halte es meine kohle geflogen so weiter was das denn das ist das denn für ein riesenraum oh ne ne minus 500 gold ja nur ein schaden was hat dieser raum für ein sinn das war es wohl wie viele fähig getötet habe assassine minenarbeiter noch mal ist es wie eine fuck zwei massessine als in der nähe ist verschwommen keine merkmale nebelschleier chakram minenarbeiter sind beide schwach ne 3000 ach so das ding hat vampirismus drin das ist ja geil gibt aber minus minus löser leben minus schaden interessant ach so immer die unterste gibt es empirismus dafür weniger attribute rüstung geht runter eigentlich kann ich mal schlechte ne plus sechs plus zwölf plus 17.000 krass hier gewicht erhöhen noch mal könnte ich das auch anziehen mit vampirismus wo war ich gerade stiefel ne plus 30 heftig ach magie gibt das brauche ich doch gar nicht kritischer schaden hier wieder vampirismus minus 30 leben schaden minus 20 15 wenn ich noch einnehmen so viel kohle überhaupt 1000 ne passt gar nicht 720 hier mehr live rein knallen 490 ne kann ich mir nix leuchten ne 490 das billigste so ok dann auf gehts soll ich das mal versuchen ich schaffte ein bisschen wenig killt mich direkt den boss für die mana ach nee ich glaube die ist dann gar nicht mehr da ne ne 5 lp boah 5 ist schon voll viel pro gegner wow was ist denn bei dem kaputt warum so ein teufel läuft der hier rum ok 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 tagebuch 9 die tür zum tor was thronraum macht mich verrückt dahinter liegt die rettung des königs und meine belohnung aber sie steht ganz ruhig mitten in der schlosshalle und verhöhnt mich ich habe versucht zu was zu schieben zu treten und ich habe sesam öffentlich gebrüllt aber nichts hilft die die türen sind mit symbolen geschmückt und eins davon sieht wie eine bestie aus die ich tiefer im schloss vermieden habe vielleicht gibt es da einen zusammenhang naja bosse töten dann geht die tür auf warum zum teil da bin ich hier hingegangen kann man kann nur einmal in der luft also nicht zweimal gut zu wissen aber man kann also warte man kann der schnur und dann jumpen besiege alle feinde fickt euch doch haben wir da sprinten ruhe noch eine oder sind da oben kiste okay dann gehen wir rein verdammt mitten im raum der kiste mitten im raum der kiste okay 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 gott war ja gut okay also leichter römer kann man eigentlich immer noch immer okay denn das ist kein leichter raum das hat der für den raum ich meine belohnung gibt es hier dann wieder zurück waren hier noch mal schon als heim was soll ich denn da durchkommen das war ja easy leide keinen schaden aber das hatten wir schon mal boah die dinge sind immer riesiger diesmal schaffe ich gar nicht was ich das denn machen ja jetzt haut da ab der penner kommen wir da näher ran ich will den bewerfen mit meinen dingen ins chakram ne ich hab gar nicht genug fuck fehlt ein bisschen halte weiter egal Wieso bin ich überhaupt da hingegangen? So, ah, hier liegt wieder. Schrumpf, was? Erschmerzen für dich? Du kennst keine Schmerzen. Das ist scheiße. Die Dinge, um den P zu erhalten. Baba. Ja, der ist schon mächtig. Der hat viel live. Das könnte mir was bringen. So, 1000. Rüstung. Hüpfen. Ah, hier. 17, bleibli, brüch, das gut. Faraboo, 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 Faraboo. Faraboo, Faraboo. Faraboo, Faraboo. Faraboo, Faraboo, Faraboo. Komm, ich muss mal langsam zum nächsten Boss kommen, ey. Ich glaube, den kriege ich gar nicht kaputt, den nächsten Boss. Oh, je, je. Okay. Ah, hier so ein Bossraum. Ob ich das schaffe, ey. Ja, den jetzt eigentlich von unten. Müsste gut klappen. Wow. Heilige Paroni. Kritisch. Geht doch. Yeah, megageil. Neue Kiste. Was gibt's diesmal? Bluthellenbar. Das ist ja scheiße. Ich dachte wieder so ein passiver Bonus, der dauerhaft hält. Wäre viel besser gewesen. Oh, mein Gott, ey. Ihr müsstet mich mal sehen, wie ich hier grad rumjumpen bin, ey. Ich bewege mich immer mit dem Charakter mit, ey. Das geht's drauf zu hören. So, gibt's hier noch was? Wow, wow, wow. Mit dem Bild habe ich nicht gerechnet. Verdammt. Ich hab langsam zu wenig Leben, ey. Ich muss aufpassen. Ey, diese Kack-Bücherei-Scheiße, ne? Gibt's doch nicht. Jetzt wurde ich sinnlos getroffen, ey. Jetzt wurde ich sinnlos getroffen, ey. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Okay. Okay. Jetzt habe ich. Fuck. Alter, was ist das denn? Anscheinend habe ich es nicht. Hier liegt mega stark. Nicht zurückwerfen. Okay. 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 Jetzt Magier. Alles in deine Nähe ist schon. Okay. Hier. Perfekt. 800. Hier, mehr Risto reinknallen. Ist immer gut. Das hat der denn auf Dreieck eigentlich gar nichts, ne? Oh, der fängt mit so wenig Leben an. 64. Sehr heftig, ey. Okay. Kiste. In der Mitte des Raumes. Holy crap, was war das denn bitteschön? Was fecht jetzt, ich이라는e informationen von ihrer gem tantuden schaden. Hä? 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 Was sind das? Wieso sind die hier ausgeklappt? Das ist eine komische Map hier. Gut, guck mal, schon 156. Ach, Maximum geht gar nicht mehr hoch. Warum nicht? Hä, jetzt schon? 156? Guck mal, vorhin war ich bei 200. Alter, oh, der Fug. Ich wollte mich da verarschen. Zum Glück sind die langsam geflogen. Nein. Scheiß Rackete, ey. Puh, wieder Leben voll. Voll gut. Boah, das ist noch eine riesige Map, ey. Riesenräume, ey. Fällt mir und wie, ah, jetzt geht's weiter. Oh fuck, wie soll ich das genommen? Ich glaube, ich sollte nicht hier hin, dann sterbe ich wieder. Ich seh's schon kommen, ey. Boah, Alter. Ha. Geht mir ganz und gar nicht. Vielleicht kann ich den von Nios töten. Hm, das ist gut. Ja, eins, zwei Hits, nicht schlimm. Bist du, jetzt kann ich die von unten hier töten. Kriege ich Leben. Blatt. Komm zum Teufel wurde ich jetzt getroffen. Das gibt's immer so schön viel Kohle. Mimik, wow, fuck. Nee, das lass ich lieber sein. Okay, den lass ich auch sein. Soll ich den dann töten? Oh, das war easy. Oh, ne Kiste. Besiege alle Feinde. Nee, das schau ich nicht. Ich geh da drauf, wahrscheinlich. Oh, fucken. Geh weg. Oh, ich dumme. Soll mir Mimik. Komm, schieß doch. Yes. Der trifft mich wahrscheinlich, ne? Oh ne, gut. Gut. Quält mir. Quält mir sehr gut. Ach ne, der fucking Wolf da oben. Soll ich mich mit dem anlegen? Hihihihihi. Super geil. So, was gibt es da links noch? Gar nichts, ne? Einfach nur durchlatschen. Nee, das lasse ich mir lieber sein. Erreiche mich rechtzeitig. Oh, toll. Da auch noch Gegner in der Gnähe. Alter, die haben nur einen Schuss weg, ey. Gut, einer ist tot. Fuck it. Wie viel Kohle die geben mir. Richtig geil. Mimik, drückt hier vorne. Die killt mich mir schon gleich. Oder nee? Da gehe ich nicht mehr rein. Oh. Cool. Oben ist eine Kiste. Aber da ballert viel zu viel Rummel. Ne, hier muss ich klein sein. So. Fuck. Für die Schläge brauche ich dafür, ne? Ist ja nicht normal. Alter. Alter. So. Teleporter. Ehm. Das ist ein oder? Es will. ich habe mich alles getötet hier geht es nur rechts fängt ja schon gut an ich habe schon 35 live gold das war ja cool ganz viel nahrung jetzt bekommen junker 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 so ist alter schwede verdammt nein 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 gerade so viel leben wieder aufgebaut jetzt wird alles kaputt das ist mir zu nervig was ist das hier was wot wot der fuß ok ich bin einfach irgendwo hin teleportiert interessant hm kiste leide keinen schaden ok sprintruhne das ist wohl irgendwas hier mit dem seiner fähigkeit guck mal die ganzen dinge sind alle offen ich frage mich warum kann man das irgendwie nachgucken tötungen werden manche blablabla ach da elektrosensibilität plattform bleiben offen hm das ist ja cool ja ups denn wie ist ich blablabla blabla Ha, der war ja easy. Ulra. Tagebuch. Nummer 10. Die Symbole auf der Schlosstür sind ein Hinweis. Ich habe die riesige Bestie getötet, die wie einst der Symbole aussah und ich habe gespürt, dass sich etwas hinter der Tür zum Torraum bewegt hat. Wie in einem Traum konnte ich ein Symbol auf der Tür von einem, was von meinem geistigen Auge leuchten sehen. Wahrhaftig eine Erfahrung außerhalb des Körpers. Zumindest weiß ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin, aber ich muss mich beeilen, denn der König könnte jeden Moment seinen Verletzungen erliegen. Aber zuerst muss ich mich ausruhen. Morgen betrete ich den Wald. Interesting. Jetzt kommt hier bestimmt der Wald gleich. Müsste ja eigentlich. Ach, hier ist ja schon das Auge. Dass ich schon getortet habe. Boah, ich habe gerade einen guten Run, ey. Heftig. 4-7 schon, mit voller Leben. Guck mal, denn im Turm war ich sogar schon. Heftig, ey. Besser schon wieder für einen Kackraum, ey. Gefällt mir gar nicht. Gehen wir erstmal da oben lang. Scheiß, Mimike. Okay. Ja, hier ist in der Wald, ja. Was, was, Junge? Auch der Wald, auch, Dressel. Silberhelm. Puh. Ho, ho, ho. Soll ich den denn besiegen, ey? Yeah, baby. Nein. 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 Alter. Können die nur so nerven. Okay. So, ey, geht mal weg, alter. Ey, was geht hier schon wieder ab? Voller Psycho-Raum schon wieder gewesen, ey. Mein Gott, ey. Tagebuch. Was war das? Elf? Dieser Wald ist nichts. Was ist nicht mit nichts zu vergleichen, was ich jemals gesehen habe? Er ist sowohl heiter als auch beängstigend. Ich stehe auf was üppigem Gras, aber neben mir klafft ein Abgrund so weit und tief, dass er mich zu verschlucken droht. Ich habe immer noch kein Geräusch von dem Stein gehört, den ich vorhin aufwarf. Ein einziger falscher Schritt und mein Abstieg wäre unaufhörlich. Das ist wirklich ein erschreckender Gedanke. Eine Ewigkeit aus Dunkelheit, beängstigender als jede Bestie, die ich bis jetzt bekämpft habe. Was würde mich zuerst töten, wenn ich fallen würde? Der Hunger oder ich mich selbst? Nebenbei bemerkt, nutze ich die Schlucht im Walde als meine persönliche Toilette. Ich frage mich, ob ich mich in einer anderen Dimension erleichtere. Ach ja, ja, ja. Boah, hab ich das nicht gesehen. Voll der Pro. Zickzack einfach ausgewischen. Boss. oh ne dieser scheiß schreien er verliebt der gold der das scheiße hm 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 ja 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 es gibt ja dahinten gar nichts oder was läuft bei denen die sinnlos hingelatscht gar nicht mehr ein bisschen ex man am buch erleben bekommen sowohl lang da war ich da war ich da war ich einfach da links augen lasse ich erstmal weg da war ich ja schon mal hier das sind da oben gewesen was so tagebuch stimmt ja der könnte jetzt in die stacheln gerettet das münze so was haben wir denn noch da ganz unten nein fuck it sinnlos wird schaden bekommen nicht springen soll das denn gehen wow alter ich hab's geschafft wie geil ist das denn vampir ohne bohr krasse und habe ich jetzt nicht gerechnet hey holen sie wollen gut verdammt mini wux probisch alter Ah, okay. Das ist eine scheiß Schlamm hin. Holy crap. Wow. Oh, lief so gut. Boah, schon 7.000 Gold. Heftig, ey. Sieht immer so lustig aus, wenn er einfach mit seinem Schwert läuft. Ah, geil. Holy crap. Okay. Okay. Das war Glück im Unglück. Verdammt. Geh weg. So brauchen die denn jetzt zwei Schläge auf einmal. Komm, gib mir Leben. Block. Meine brauche ich nicht, habe ich schon voll. Kiste. So ein dickes Fieder unten. Gefällt mir gar nicht. Ich glaube, den lasse ich erst mal frei. Okay. Boah. Da hat es mal ein Knockback. Der ist 41. Alter, übertreib mal. Aber egal, jetzt kann ich den töten. Langsamer überwäsche. Ja. Ja, fast fertig. Ein Schlag noch. Und ganz viel Kohle. 8000. 8000. Krass. Kriege ich den da unten kaputt? Ja. Doch locker. Boah. Ich habe mich beinahe vergessen, ey. So. Ho. Ich habe die Map fertig. Das ist ja geil. Nur noch den Turm. Und da muss ich dann da runter. Geht dann in die Hölle. Hm. Aber soll ich den Boss versuchen? Ne, lohnt sich glaube ich nicht, oder? Ich glaube ich verkackt bei dem. Rechts hoch. Ich kann ja gucken, was da links ist und dann schaue ich mal. Ach so, da muss ich ja. Hm. Fuck. Muss ich an dem scheiß Mimik hier vorbei. Ja. Wie geht es weiter? Ho ho ho. Direkt so etwas schweres. Alter, wie viele Schläge ich brauche. Ist ja nicht normal, ey. Eieiei. Alter Blatt. Heftig. Okay. What? Was ein Raum, ey. Alter. Was zum Teufel. Okay. Oh, ne, das mache ich nicht. Ach, ne, das mache ich nicht. Hm. Ach, die stehen auf einem Platz, ne? Moment. Upsala. Da treffen die mich nicht, ne? Okay. 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 Läuft. Schon viel Leben verloren ist nicht gut. Oh man. Oh, gut. Hier unten trifft er mich nicht. Boah, alter. Die Raketen eher heftig. Habe ich ja gar nicht gesehen. Oh, ne. Puh. Alter, was geht da oben ab? Die haben nur einen Schaden, ehrlich. Oh. Zu konzentriert gewesen, ey. Krass. Durch das mal, ey. Boah. Hört ja gar nicht auf, ey. So. Erzmagier. Jetzt brauche ich irgendwas, um den Boss zu töten. Hier, bewahren könnte ich das gut. Kannst nicht in 3D sehen. Was auch immer das heißt. So. 8400 Gold. Heftige Kacke, ey. Was nehme ich denn, ey. Schaden ist immer gut. Schaden ist immer gut. So. Jetzt mal gucke ich hier wegen den Waffen. Oh, hier, neues Zeug. Nochmal Vampirismus. Da brauche ich aber den Boss gar nicht. Plus 10. Gewicht. Helm, Leben, Mahne. Ich mache mal eben. Moment. Hier. Kilogramm mehr. So. Habe ja genug Kohle gerade. So, das nicht. Das kann ich anziehen. Jetzt ziehe ich das hier an. Dann. Magie brauche ich eigentlich gar nicht. 4% kritische Treffer. Plus. Gewicht. Minus 25 Gewicht. Oha. Kann ich das trotzdem mal anziehen. Ist gut. Der gibt Minus. Okay. Wie Kohle habe ich noch? Genug eigentlich, ne? Was haben wir hier? Was ist das? Sprinten. Ja. Kann ich eigentlich kurz switchen? Nee. Nee. Was haben wir denn hier? Geht ihr die Kraft kurze strecken? Also Sprint wieder. Die Tötung von Feinden entzieht ihnen ihre Gesundheit. Mehrere Gestaltung. Neugruppen. Ah. Vampir ohne. Das ist gut. Ne. Ne. Mal ohne ohne. Ich kaufe jetzt die einfach mal. Okay. Okay. Da habe ich alles. Jetzt für 2-2 noch irgendwas einkaufen. Hier stärke ist immer gut. 1100. Boah krass. 840. Ich habe 1000. Komm, irgendwas. 870. Kritisch treffer. Ich glaube ich mal kritisch treffe. So. Auf geht's. Gehen wir mal den Boss töten. Zipzap. Wo stehen wir? Mal sehen. mal schauen müssen wir es für eine ja alexander der vergessene läuft bei dem alter tickt er denn aus jetzt ticken die aber aus da mit ihren füchern das ist ja mal crazy die vampire schule werden doch hier ganz nützlich so gibt es hier viel zu viel schaden alter er war ticken diese hausse dass er heftig er ist doch scheiße heilige peperoni aber keinen kritischen schaden das ist gut erz magier den nämlich und dann mache ich hier die ganzen dinge so da rein vampire scheiße verdammt keine welt minus ist nicht gut alles minus leben ist scheiße ohne vielleicht durch feindtötung vielleicht eine minus 30 rüstung und er gibt minus zwei schaden auch kein geld verdammt die habe ich nicht gekauft bin ich dumme ich will aber nicht rüstung verlieren oder ich nehme den kann ich mich leisten doch kann ich keine rüstung und das ist jetzt sich dann die hier an die hier den boss durch den boss versuchen als mini ich glaube jetzt könnte ich voll gut so durchrennen okay Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Egal, hat er mich nicht mehr getroffen. Ja, ist schon schwierig mit dem Kleinen jetzt. Oh, jetzt kann ich mal hier rein. Oh, hat mir gar nichts bringt. Seh ich gerade. Oh, mein Gott. Der furzt hier rum, ey. Wieso furzt er rum? Hey, lege Peperoni. Stirb. Yes. Gut. So, knapp. So, bekomme ich diesmal wieder Blutglieder. Kann man eigentlich auch doppelt bekommen? Ach, guck mal, hier kann man nicht einfach durchlaufen. Okay. Okay. Boah, das war ja krass, ey. Wie stark der ist, ist ja nicht normal, ey. Toolhit für die Viecher, krass. Alter, was drücke ich da für eine Kacke? Fail, ey. Fail, ey. Naja gut, ich höre jetzt hier auf. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao zusammen. Ciao. Ciao.